Ich bin Lisa, ich bin Senior Consultant und habe meinen Schwerpunkt auf Consumer Goods und Retail gelegt, wo ich Kunden und Kundinnen helfe, strategische Fragestellungen zu beantworten. Ich würde mich als Weltenbummlerin bezeichnen, ich liebe es unterwegs zu sein, zu reisen, neue Sachen, neue Kulturen zu entdecken. Ich war nach dem Abitur bereits auf den Fiji-Inseln, habe dort ein Freiwilligenprogramm gemacht, war in Neuseeland, Australien und bin einfach gerne ständig unterwegs und das ist eben auch etwas, was sich in meinem Berufsalltag als Consultant einfach eben widerspiegelt. Es gibt zwei Punkte, einmal die Abwechslung, die es mir ermöglicht, aufgrund unserer unfassbar breiten Aufstellung in verschiedene Bereiche zu schauen, aber auch die Kultur, die bei uns sowohl im Projektraum, aber auch abseits der Arbeit gelebt wird. Dieses Gefühl der Vertrautheit und des Zusammenhalts, das wurde mir auch schon direkt am ersten Tag vermittelt. Female Empowerment ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit von mir. Ich bin selbst tätig in der Fraueninitiative, das heißt, ich engagiere mich in drei Bereichen, Skill Development, Culture Shaping, aber auch Community Building. Was heißt das? Wir organisieren zum Beispiel Get-Togethers, wo wir eben als Frauen zusammenkommen, den Zusammenhalt stärken können, aber auch den Austausch untereinander. felt picture comfortable. Untertitelung des ZDF für funk, 2017